Guck, guck mal da. Da. Die kleine Rosemary will sich eigentlich nur ein Besen kaufen. Und hat nicht so viel Geld. Schillinge Pants und drei Farthings. Ziemlich die kleine englische, kleinste englische Münze. Aber weißt du was, da trifft sie auch die Frau mit dem Besen. Und die sagt, ja, die sind auch richtig für ihn. Passt ganz genau. Drei Prinzessinnen, drei Königinnen, feinen Prinzen, so ungefähr. Soll ich daraus mal was vorlesen? Hey. Ja, ich hab's wieder entdeckt. Fantastisch. Mysteriös und fantastisch. Bitte sehr.